Guten Tag und herzlich Willkommen. Heute stellen wir Ihnen die Ölsperren Ecoline vor. Wir haben es dort mit einer Menge von physikalischen Phänomenen zu tun. Einmal mit dem Phänomen, dass Öl leichter ist als Wasser. Das heißt, die Tröpfchen, die sich in der Wassersäule befinden, versammeln sich wieder, steigen an die Oberfläche und schwimmen dann als Film oder als Ölphase, nennen wir das, an der Oberfläche und können damit mit einer Ölbarriere aufgehalten werden und ans Ufer abgeleitet werden. Die zweite Phänomene, mit dem wir zu tun haben und wir tunlichst achten müssen, ist die Strömungsgeschwindigkeit eines Gewässers. Die kann ja völlig variabel sein, vom langsam fließenden Wiesenbach bis hin zum Mittelgebirgsfluss oder Mittelgebirgsbach, oder reden wir von Flüssen hinterher eben auch, mit einer höheren Fließgeschwindigkeit, die ohne weiteres 1,5 bis 2 m pro Sekunde erreichen kann. Bei einer Fließgeschwindigkeit oder einer Anströmgeschwindigkeit an die Ölsperre selber von maximal 0,3 m pro Sekunde, das ist ein sehr niedriger Bereich, ein sehr langsam fließendes Gewässer, beginnt die Ölphase durch Verwirbelung an der Wasseroberfläche in vertikal und horizontaler Form auseinanderzureißen und wird unter der Ölsperre durchgezogen und weiter transportiert. Das heißt, die Ölsperre verliert ganz schnell ihre Wirksamkeit und ihre Effizienz. Wenn wir eine Ölsperre, wie man sich das mal denken mag, dann einfach quer über ein Gewässer ziehen, habe ich an Strömgeschwindigkeit gleich Fließgeschwindigkeit des Flusses. Habe ich dort 2 m pro Sekunde, rauscht das einmal unter der Ölsperre durch und kommt auf der anderen Seite wieder hoch. Das heißt, ich habe nichts gewonnen. Also müssen wir bei einem Einsatz immer hingehen, eigentlich fast immer hingehen und sagen, wir setzen die Ölsperre in spitzen Winkeln gegen die Strömung. Faustformel 1,5 bis 2-fache, vielleicht sogar bei hohen Strömgeschwindigkeit. Dreifache Gewässerbreite ist die Länge meiner Ölsperre. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall als Mindestforderung ansetzen, 45-Grad-Winkel. Damit halbieren wir die Anströmgeschwindigkeit. Also auch am Fluss von 1 m pro Sekunde, was ohne weiteres möglich ist, sind wir dann vielleicht bei 0,5. Dann habe ich wenigstens schon mal eine sehr erhöhte Wirksamkeit. Wenn es geht, noch steiler gehen, damit ich da weiter runterkomme unter 0,3. Dann haben wir eine wirkende Barriere auf dem Wasser. Wir nennen diese Ölbarriere, die wir dort über den Fluss legen, eine Ölleitsperre oder Ableitsperre. Wir leiten also die Ölphase ab zum Ufer. Dort kann sie aufgenommen werden, dann über Ölsorbtücher oder Skimmertechnik etc. Und gleichzeitig empfehlen wir dann eben dort ein Adapterstück mit einzusetzen und eine sogenannte Uferschutzsperre nochmal, also die Leitsperre über den Fluss rüber und die Uferschutzsperre am Ufer entlang nochmal stromaufwärts 15 m, um dort einen Trichter zu schaffen, wo ich relativ sicher den Schadstoff aus dem Wasser aufnehmen kann. Vor uns auf dem Tisch liegend eine Musterölsperre Typ Ecoline. Im Original, wir haben jetzt hier das eben etwas reduziert, damit wir das hier zeigen können. Im Original sind diese Sperrensegmente 5 m, 10 m oder 15 m lang. Die Sperren gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Ausführungen. Das richtet sich danach, auf welchem Gewässer Sie die Sperre einsetzen wollen. Hier finden Sie Hinweise in den im Film integrierten Tabellen, welche Sperre welchen Sinn macht. Die Ölsperre Ecoline, eine einfache Ölsperre für Notfalleinsätze oder auch Präventivmaßnahmen bei großen Baumaßnahmen am Wasser, besteht aus einem Schwimmkörper. Das ist einer komplett wasser- und öldichten Membranhülle. Wir teilen die auf in den Schwimmkörper, der bei den unterschiedlichen Ölsperrentypen Ecoline natürlich jetzt unterschiedliche Größen hat. Das ist jetzt die kleinste mit 100 mm, es geht dann auf 200 mm hoch. Und wir haben die Tauchschürze, die bei diesem kleinen Modell jetzt hier gerade mal 15 cm ist. Das ist aber das entscheidende Maß. Physikalisch gesehen sind ungefähr 8 cm unter der Wasseroberfläche. Da spielt sich alles ab. Es bringt überhaupt nichts, bis auf Sonderfälle, da komme ich gleich drauf, weiter reinzutauchen. Je höher wird der Strömungswiderstand, umso stärker werden die Zugkräfte auf die Sperre. Das heißt also, mit diesen kleinen Sperren mit 15 cm decken wir alles ab, was notwendig ist. Und unser Erfolg der Ölmaß- oder Schadensbekämpfung hängt vom Einsatz der Ölsperre ab, wie vorhin schon mal beschrieben, immer schräg gegen die Strömung. Bei den größeren Ölsperren macht es Sinn, diese größere Eintauchtiefe zu wählen und eine höhere Schürze zu haben, weil wir auf den Gewässern, wo diese zum Einsatz kommen, ich sage mal zum Beispiel einen Binnenhafen oder einen Kanalhafen, wo dann auch Schiffsbewegungen sind, im Grunde dort es sein kann, dass ein vorbeifahrendes Schiff ansonsten bei dieser kleinen Eintauchtiefe durch den Sog, den es erzeugt, den das Öl-Wasser-Gemisch quasi unter der Sperre wegzieht und wieder frei im Kanal schwimmt. Aber, das ist nochmal das Minimum, diese 15 cm reichen aus, alles andere ist sogar eigentlich kontraproduktiv. Es gibt Sonderfälle, eben dann Schiffsverkehr, größere Sperren, da ist die Eintauchtiefe dann bis zu 30 cm, um zu verhindern, dass eben durch Sog das dort unterspült wird. Diese Ölsperre ist faltbar, das heißt, ich kann die so zusammenfalten, wenn ich das jetzt weiter fortsetzen würde, hätte ich solche Buchten. Das Maß ist ausgelegt auf eine Euro-Gitterbox, sprich in jede Transportbox, ob es nur ein Rollwagen ist, ein Rollcontainer, eine Box, können Sie die benutzen, können diese Ölsperren eingefaltet dort lagern, haben damit eben ein optimal und leicht transportierbares Behältnis. Diese Ölsperre ist eine reine passive Ölsperre, das heißt, sie ist rein als Abweisersperre auf dem Gewässer zu nutzen. Das Öl gleitet daran entlang. Die Ölaufnahme erfolgt dann über Ölsorb-Materialien aus dem Sortiment. Das werden ja aufs Wasser ausgelegt, nehmen die Ölfaser auf und können dann wieder entnommen werden. Die Ölsperre selber ist rein eine Barriere, die das Öl zurückhält und die Ausbreitung bzw. Abströmung auf einem Fließgewässer verhindern soll. Wir haben hier ein Ballastgewicht mit angearbeitet, das eine außenliegende Kette verzinkt. Wir haben ein Kupplungssystem, das erkläre ich gleich noch im Einzelnen und wir haben wieder verschiedene Zubehörteile hier auch aufgebaut, um Ihnen mal zu zeigen, welche Möglichkeiten dort bestehen, vom Einsatzsortiment eine solche Ölsperre dann zu nutzen. Vielleicht fangen wir einmal mit der Kupplung an. Das ist ein Doppel-Keder-Profil aus Aluminium. Jeweils für jeden Ölsperrentyp gibt es natürlich dann die passende Länge. Wir haben hier die kleinste Ecoline 250 jetzt als Muster ausgewählt. Das funktioniert, indem im Grunde hier ist ein Stab eingearbeitet in der Ölsperre. Ich zeige das mal ein bisschen von oben. Das heißt, ich führe hier diese Ölsperre hier ein und habe dann hier einen Kugelsperrbolzen, den ich quasi durch eine vorbereitete Lochfräsung hier einsetzen kann. Der ist dann unverlierbar, den kriege ich also ohne weiteres nicht raus. Hier ist eine kleine Kugel, das kann man jetzt nicht sehen, aber hier ist eine kleine Kugel eingearbeitet. Das heißt, hier habe ich jetzt meine Verbindung. Jetzt habe ich theoretisch auf beiden Seiten hier meine Kupplung und kann jetzt das nächste Segment ansetzen. Das heißt, ich verbinde die einzelnen Segmente untereinander mit dieser Aluminiumkupplung und genauso würde ich jetzt die vorbereiteten oder notwendigen Endstücke benutzen. Wir haben hier einmal das einfache Uferendstück. Da ist hier mein Anschluss fürs Ufer. Da kann ich einen Erdnagel durchziehen oder ich kann ein Seil befestigen und hier ist meine Anschlussstelle für die Ölsperre. Das ist das Uferendstück einfach, was Sie bei einer Bestellung bitte mindestens zweimal mitbestellen, damit Sie Ihre Ölsperre auch am Ufer festmachen können. Besser ist noch, das ist dann die Erweiterung, wenn Sie dieses sogenannte Uferschutzverteilstück mit dazu bestellen. Das dient als Adapter, wenn ich meine Leitsperre hier über das Gewässer gezogen habe, wo mein Öl dran entlang driftet, um hier dann in dem Trichter zu landen und um diesen Trichter etwas größer zu machen, schließe ich an dieser Seite nochmal eine sogenannte Uferschutzsperre an, vielleicht nochmal fünf Meter. Dann habe ich im Grunde so ein V ausgebildet, wo ich hier einen Trichter habe, wo ich meine Ölsorgmaterialien aufs Wasser auflegen kann und da das Öl aufnehmen kann. Das wäre unsere Empfehlung, das bitte auch einmal mitzubestellen. Dann sind Sie mit zwei einfachen Endstücken und diesem Uferschutzverteilstück so aufgestellt, dass Sie die Ölsperre sicher befestigen können. Weiteres, Befestigungszubehör wie Erdnägel, entsprechende Fäustler, Vorschlaghammer und Schwimmseile finden Sie im Sortiment. Schwimmseile deswegen nochmal vielleicht erwähnt, wenn Sie mit dem Boot einsetzen, und das geht ja sehr schnell, dass Sie auf einem Gewässer eben nicht mehr per Hand irgendwas hinziehen können, dann ist das Schwimmseil insofern ganz wichtig, weil es verhindert, dass es Ihnen in den Außen, die Schrauben für Außenbordmotor gerät. Das wäre bei Seilen zum Beispiel der Fall, die eben nicht schwimmfähig sind, nicht an der Oberfläche bleiben, sondern untergehen. Das sind spezielle Seile, die für diese Einsätze gedacht sind. Also wie gesagt, diese Zubehörteile zusätzlich noch, die wie nichts sein, gibt es im Sortiment. Wir haben hier die beiden Endstücke, habe ich erwähnt. Einfaches Endstück, Uferschutzverteilstück. Dann haben wir ein drittes noch, das dient Ihnen dazu, die Ölsperre jetzt auf dem Wasser zu ziehen. Das können Sie jetzt im Grunde mit dem Boot oder auch per manuell. Ich habe hier ein kleines Zuggeschirr dran, habe im Grunde wieder die gleiche Kupplung. Die Kupplungssituation hier, das heißt, ich kann hier wieder hingehen und kann das hier einführen, kann das dann damit verbinden. Damit ist im Grunde dann meine Ölsperre leicht manövrierfähig. Das geht bedingt auch mit dem normalen Endstück, aber wir empfehlen Ihnen einfach, das noch mitzubestellen. Das wäre dann im Grunde eine Komplettausrüstung. Damit können Sie die Ölsperre auf dem Wasser bewegen. Das ist die Kupplung zum Kuppeln der einzelnen Segmente untereinander und eben der Segmente und eines Endstücks. Dann haben wir hier aufgebaut, eine Einsatzsituation. Ich nehme das mal in die Hand, das kommt gleich die Erklärung. Sie haben es ja oft auf Gewässern nicht nur mit Naturufern zu tun, da kommen diese Endstücke dann zum Tragen, sondern Sie haben Situationen, wo Sie zum Beispiel eine Kaimauer haben oder eine betonierte Situation, eine Betonwand, eine Grundwand etc. Auf jeden Fall eine senkrechte Wand, wo Sie eben keinen Erdnagel reinkriegen, nichts dran haben und Sie haben vielleicht noch zusätzlich die Situation, dass Sie auf dem Gewässer, wo Sie da im Einsatz sind, schwankende Wasserstände haben. Dafür bieten wir Ihnen diese Laufschienen an. Auch das ist jetzt wieder nur ein Muster. Die fangen wir einen Meter an, gehen bis zu drei Meter hoch. Je nachdem, was Sie haben wollen, finden Sie alles im Sortiment. Das ist im Grunde eine Laufschiene, die mit entsprechenden Wandhalterungen an der Kaimauer befestigt wird. Was Sie hier nochmal sehen können, hinter ist im Grunde eine Abdichtung, die es verhindert, dass wenn Sie jetzt hier Ihre Ölsperre dran haben, hinter der Schiene das Öl innen lang gleiten würde. Das ist jetzt diese bauseitige Sache. In vielen dieser Fälle ist ja die Einsatzstelle bekannt. Das heißt, Sie wissen immer wieder, an der Stelle werden Sie die Ölsperre einsetzen. An der Stelle bauen Sie sich dann im Grunde auf beiden Seiten so eine Gleitschiene befestigen, so dort an der Spundwand und sind dann handlungsfähig und zwar mit diesem Endstück. Ich zeige Ihnen das mal so von der Seite und erst mal so. Wir haben hier wieder unseren Anschluss an die Ölsperre. Hier denken Sie sich die Kupplung. Hier geht dann die Ölsperre weiter. Und hier haben wir eine Situation, dass diese beiden schwarzen Lappen hier sind Dichtungslappen, die verhindern sollen hinter, das zeige ich Ihnen, wenn wir das da angesetzt haben, dass Ihnen das Öl hinter dem Endstück herläuft. Und hier hinter sitzen Gleitklötze, die wir jetzt gleich in die Laufschiene einführen. Das ist eben auch Ihre, ich sage mal, Maßnahme, wenn Sie jetzt die Ölsperre setzen, das ist alles vorbereitet. Jetzt haben Sie einen Alarm. Dann setzen Sie im Grunde dieses Gleitstück hier in diese Schiene ein. Das ist jetzt bedingt durch das Muster hier alles etwas eng mit meinen Halterungen. Die sitzen ja sonst viel weiter auseinander. Und dann habe ich hier die Situation, hier ist mein Endstück. Das ist auch beweglich. Das würde also jetzt mit dem Wasser und der Ölsperre als Auftriebskörper rauf und runter gleiten, je nachdem, wie der Wasserstand ist. Bei schwankenden Wasserständen. Wenn Sie keine schwankenden Wasserstände haben, aber trotzdem so eine Situation ist, ist das auch eine einfache Möglichkeit, die Ölsperre einzusetzen. Sie sind sofort betriebsbereit und die Ölsperre ist in ganz kurzer Zeit einsatzfähig. Das heißt, wir haben hier im Grunde zwei, unseren Anschluss an die Ölsperre, Kupplung, dann das Ölsperrensegment, geht hier weiter, kann das auch mal da dran halten. So sitzt das ja dann da dran. So säße das dann weiter. Und dann kann ich das Ganze, jetzt ist es hier etwas schwergängig, weil ich das hier nicht richtig ziehen kann, sagen wir, ist es so, schwimmt das im Wasser und bildet Ihnen dann einen sicheren Abschluss auch an einer Spundwand, einer Betonwand oder einer Kaimauer, sodass Sie dort keine Ölverluste haben, dass Ihnen das hier hinterströmt. Diese Schienen sind ausgerüstet mit Stoppern. Das heißt, in Realität sitzt hier unten dann ein Stopper. Das heißt, die Ölsperre kann bis nach unten runter. Ja, je nachdem, wie tief sie gehen. Aber wenn das Gewässer noch tiefer ist, wo Sie ja eigentlich sagen, da kommt die Ölsperre nicht hin, weil das Wasser sinkt nicht so weit ab, muss hier unten auf jeden Fall abgesichert werden, dass die Ölsperre durchfällt. Gleiches gilt für oben, dass ich im Grunde oben auch einen Stopper habe, wenn ich Hochwasser habe, muss natürlich auch da gestoppt werden, wenn dort im Grunde das dann rausdrücken würde. Das ist also mit beim Sortiment dabei, sodass Sie das dann einbauen können und dort im Grunde Ihre Ölsperre dann sicher installieren können. Das wäre soweit zu den Einsatzmöglichkeiten. Wie gesagt, dieser verschiedenen Endstücke, das ist so die Grundausstattung. Das ist eine Situation, die Sie vielleicht haben, nur dass Sie wissen, dass es das eben auch gibt und dass man sich das eben vielleicht sehr schlecht vorstellen kann, wenn da in den Darstellungen eben nur beschrieben ist von der Gleitschiene. So sieht das im Grunde aus. Sie müssen das im Grunde nur noch montieren lassen durch ein Fachunternehmen und haben dann eine fixe Stelle, die immer vorbereitet ist, wo Sie sehr schnell eine Ölsperre auch in Stellung bringen. Vom Einsatzgegebenheiten her nochmal ein Wort eben zu den Ölsperren Ecoline. Die kleinen, vielleicht auf der Kläranlage, auf dem Klärbecken, auf dem Regenrückhaltebecken, die mittleren und größeren dann auf größeren Gewässern, auf dem See oder auf dem Sportboothafen und die größeren Typen, die Ecoline 450 und 500, wären dann so Situationen, sage ich mal, auf einem Hafengewässer, im Industriehafen auf einem großen Kanal, wo eben Schiffsbewegung ist und Sie dadurch eben bedingt durch die tieferen Eintauchmöglichkeiten einfach das Ölrückhaltevermögen nochmal verbessern. Wir haben Ihnen hier die Ölsperren Ecoline erklärt mit dem gesamten Einsatzzubehör, inklusive dieser Sondersituation einer Kaimauerbefestigung mit einer Laufschiene für die Ölsperre. Sollten Sie noch weitere Fragen haben zu den Ölsperren oder auch Einsatzgegebenheiten, rufen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie zu technischen Fragen der Ölsperren, zur Auswahl der Ölsperre, der richtigen Ölsperre und wir sprechen mit Ihnen gerne auch über Konzepte, Ihres Einsatzes speziell auf Ihre Gegebenheiten hin ausgerichtet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag.